Wie lange dauert es, bis ich mit rotem Hemd beim Mediamarkt als Mitarbeiter angesprochen werde? Ich hatte richtig Bock, meinen Dienst im Technik-Himmel anzutreten. Einige Dinge musste ich natürlich erstmal ordnungsgemäß überprüfen. Dieser Backofen war mir schon etwas suspekt. Dann habe ich mich leider kurz in den Weiten des Mediamarkt-Entertainment-Programm verloren, habe mich dann aber wieder direkt den fragenden Kunden gestellt. Kann ich hier was fragen? Ja. Haben Sie es hier die Decke? Das würde ich Ihnen gerne beantworten, aber ich arbeite hier leider nicht. Ich habe nur leider ein falsches Hemd an. Tut mir leid. Alles gut, alles gut. Aber ganz viele Mitarbeiter, die können sicher weiterhelfen. Danke. Gerne.